Die Abrissarbeiten der katholischen Barmbäker Sophienschule haben begonnen. An gleicher Stelle möchte das Erzbistum Hamburg einen Schulneubau realisieren. Finanziert wird das Projekt aus Investitionen der Diözese, aber auch durch Spenden, Kredite und öffentliche Fördermittel. Das neue Gebäude soll ca. 25 Millionen Euro kosten. Grundsteinlegung ist für den Februar kommenden Jahres geplant.